Final Curtain Call Das Warten hat ein Ende und hier ist die Initiatorin des ersten Michael-Jackson-Denkmals in Österreich. Hier ist Martina Kainz. Hallo, wie geht uns? Viel Glück, ja. Also ich muss mich bedanken bei euch, dass alle so gekommen sind, auch wenn es regnet. Wie immer, bei mir ist das immer so, bei mir regnet es dauernd. Ist gemein, ja. Nächstes Mal machen wir das in der Wüste. Passt wieder. So, ich möchte mich noch bedanken bei unseren Sponsoren, die das möglich gemacht haben, vor allem bei den Fans. Und bei meinem Mann, dem Hundeschweiger. Aua! Ja, genau. Dann beim Rame Abadzei, da hinten. Da könnt ihr dann was trinken und essen. Der hat den ganzen Sockel für uns gebaut, die Statue aufgestellt, alles gratis. Das ist super. Rame? Super. Da können wir noch eine Disco, gell? Was? Ohne kein Essen zum Rame, gell? Ja. Dann haben wir noch. Der Feuerwehr könnte das Werdheit nichts. Wir dürfen nichts schießen, weil es regnet. Das kann in die Hunde gehen, das ist vielleicht nicht so ideal. Dann haben wir Animal Expert. Es ist eine Firma, die uns auch die Bühne gesponsert hat. Und was haben wir noch? Euch alle, die was uns Spende geleistet haben. Und ja, ich freue mich für alles, was ihr gemacht habt. Ich freue mich, dass alle da seid. Und ich freue mich für meinen Moderator, der mich jetzt erlösen kann. Wo ist der? Da, genau. Hallo. Servus. Servus. Ewald Wurzinger, mein Name, Reporter bei Radio Wien. Und es ist mir eine Ehre, hier heute zu stehen. Und ich habe vorher keinen Applaus gehört. Bitte um einen Riesenapplaus für Martina Kainz, die in den letzten zweieinhalb Jahren hier geschuftet hat. Er ist und bleibt der King of Pop, das Idol Fila. Und seit heute ist Michael Jackson ein Mistlbacher. Und ja mehr oder weniger das vierte Kind von Martina Kainz. Zweirad habe ich erwähnt, sind jetzt nicht unbedingt nett, oder? Nein, aber wer zollt die Alimente? Was hast du denn? Die Sponsoren, das hast du ja auch geschrieben. Martina Kainz hat unermüdlich die letzten zweieinhalb Jahre an diesem Event, an dem Denkmal, heute hier gearbeitet. Und sage und schreibe 13, Klammer auf, Rufzeichen, Klammer zu, Programmpunkte organisiert. Hinter mir stehen schon die Mädels und... Mädels? Burschen und der Bursch. Vom Parkip und HLW-Chor Mistlbach, die gleich zwei Nummern zum Besten geben werden. Noch nach Michael Jackson Nummern. Und da ist jetzt irgendwo dahinter die Mercedes Corvette. Sie heißt wirklich so. Lüfte das Geheimnis. Was gibt's jetzt? Ja, also als erstes wird die Parkip und HLW, ähm, How Heal the World singen. Und nachher nur der HLW-Chor Will You Be There. Super. Applaus gibt's dann auch. Martina, möchtest du nicht irgendwas sagen? Vielleicht später. Lass mir die Mädels einmal singen. Passt. Großer, dicker, fetter Applaus für den Parkip und HLW-Chor Mistlbach. Großer, dicker, fetter Applaus für den Parkip und HLW-Chor. Und ich weiß, dass es jetzt ist, dass dieses Ort und HLW-Chor ist. Das ist viel besser als morgen. Und wenn du schon versucht, dann findest du nicht mehr zu cryn. In diesem Ort gibt's nicht ein Herz oder Sorrow. Da gibt's viele Möglichkeiten, wenn du nicht mehr für den Parkip und HLW-Chor ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 In my anguish and in my pain. Through my joy and my sorrow. In the promise of another tomorrow. I'll never let you part. For you, always in my heart. Applaus für die Mädels und für den Durschen des Aki-Bund-Hein-Weekors in Nistelbach. Wochenlang haben sie sich...